so und damit herzlich willkommen zurück zu let's play war mittels lag den safe state kurz geladen die die waffe kurz geladen einfach mal erstocken schade und wir sehen nach panzer und ein flugzeug aber erst mal feind ich würde jetzt für den gegner nämlich mal den panzer und da sind wir auch schon fast gut und jetzt nämlich das flugzeug das ist so einfach haben wir kommen voran naja du kannst mir nichts ja ich bin super man auch wenn ich kein k-pop kaps sind eben so ich würde jetzt mal sehen wissen was es für meistens sind aber die gegner sind hier noch zu haben los ganz anders wie die da und normal ja das hat's gemacht das war ultimativ so und weg mit euch ja komm wie kommt es jetzt so nicht dran aber und weg genau wie hoffentlich jetzt hier ja komm du schwingel stirb schon so kommen jetzt noch mal welche irgendwie nicht die gebäude ja entgegner ich will nicht aber gut wir können jetzt schon attackieren den morden so heißt hier der chef wer das hier alles schuld ist und ich glaube so ja genau ja auf jeden fall okay wir haben jetzt keine augenbrauen mehr Die hat er uns gerade abgefackelt, aber So geht's auf jeden Fall Schön wieder unter den Und dann weg Und dann wieder so Lalalala Stürm Ja, genau, Feuerbälle mit Propeller Ah Ah Nein Ein bisschen hier Soundprobleme Und weg Ich glaube doch gar nicht mal Ah ok So schlecht Weg mit euch Und kann ich die abschließen Ja, kann ich Okay, dann ist es einfach Na Was für Skills Ich hier gerade einen Tag lege Ah Äh Ja Tschüssi Und wir kriegen hier noch Ein Maschinengewehr Ach War noch gar nicht der Gegner Läh Doch, war der Gegner Der Endgegner Sergeant Malavia Haben wir Da Befreit Hoffentlich hat er keine Malaria Oh, doch Ist der schlecht So Level 4 Meine ich Ja In Chinatown Geile Hintergrundmusik Bananen Und 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 Hier irgendwas Ich glaube davon Nehmen wir Eher ab Als das Wir wirklich Zunehmen Weg mit dir Komm, komm, komm Schnell ab Wenn ich mich da stoße Ja Haha Mir fliegt alles in die Luft Ja Komm, schnell Da sind ja nicht ganz viele Sachen Wo das war Das war klappt Ich kann mir grad gar nicht mehr unterscheiden Wer denn Freund und Feind ist Nein, wir sind geplatzt Dropshot Das kann ich gar nicht brauchen Lalalala Stirb die Panzer Oh, das geht ja sogar Was? Was soll ich denn da machen? Komm Hier Geht doch da runter Ach, muss ich das hier zerschießen? Ah, aha Aber die kommen immer noch nicht runter Na egal Lalalalalala Schnell Ich kriege ich mit ein Messer, oder? Ja Und So, wäre das aufgeklärt Na Da oben hängt nur einer Denkt da ein bisschen ab Der kann uns direkt mal Ah, George steht noch toll Okay Ah, okay Schade Nein Nein Wow Nein So Okay, das war Blöd Weg mit dir da oben Kannst mir gar nichts Oh Gott, der hat grad abgeschossen So Erstmal die da oben Etwas Verletzen Die sind nämlich nicht tot Die tun nur so Stone Stone Okay Ja Gut Ja Okay Das ist jetzt Nicht allzu schwierig Mach aber geile Geräusche Komm Weg So Wow Nein Was Der macht KW Ja Stimmt Ja Kommt schon Ja Kommt schon Kommt schon Also die Entwickler haben auch ein bisschen Dragonball geguckt Ja kommt schon Hüa Ach da oben Oh Aliens Oh Aliens Oh komm wir sind Nicht fett Nein Ja das sind Aliens Die sehen ein bisschen aus wie Champignons Aber Ich finde Aliens So Und weg mit dir Boah das ist jetzt hier echt Acht Nein Da kommen wir keine Meter weiter Der Feindsucher Der Feindsucher Enemy Chaser Lalalala Mann wie viel halten die denn aus Nein Oh Flammenwerfer Ob der gegen das Metall von den UFOs Was